Meine lieben Freunde des fröhlichen Sternenspaziergangs, es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal die schöne Stadt Bern besucht habe. Die Stadt der Zähringer, wo viele Ringer zäh gerungen haben. Ja, Zähringer eben. Und weil ich die Bundeshauptstadt schon seit vielen Jahren liebe, habe ich mich dazu entschieden, der Arestadt wieder einmal einen Besuch abstatten zu wollen. Am schönsten lässt sich es in Bern übrigens immer am dritten Adventssonntag flanieren. Das heißt, in diesem Jahr ist das der 13. Dezember. Genau. Zuerst werde ich das Bundeshaus bewundern, dann unter den Lauben Richtung Berengraben ziehen, über den Nideckstalten ins Mattenquartier schlendern, der Are entlang bummeln und mich danach auf dem steilen Bundesrhein wieder hoch zum Bundeshaus mühen. Aber es lohnt sich. Am besten lässt sich so ein gemütlicher Streifzug durch Bern zwischen 14 und 16 Uhr machen. Um diese Zeit sind die Lichtverhältnisse einfach fantastisch. Und am besten geht man gleich dreimal auf die Runde, damit man definitiv auf seine Kosten kommt. Herrlich. Ja, ich freue mich jetzt schon auf einen ruhigen, aber im Herzen heiteren Spaziergang durch diese wunderschöne Stadt Bern. Ohne Tamtam und ohne Worte. Denn in der Ruhe liegt die Kraft.